EU-Ratspräsident Michel hat im Streit über die EU-Finanzen einen Kompromissvorschlag präsentiert. In der kommenden Woche beraten die Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel über das Corona-Hilfspaket und den Haushaltsrahmen für die kommenden sieben Jahre. Michel schlug heute u.a. vor, den Umfang des Aufbauplans bei 750 Mrd. Euro zu belassen und den Mitgliedstaaten mehr Mitsprache bei der Vergabe einzuräumen. Den mehrjährigen Haushaltsplan veranschlagte Michel dagegen etwas niedriger als geplant. Er soll den Knoten durchschlagen. Auftritt Charles Michel heute in Brüssel. An der Größe des geplanten Corona-Fonds will der EU-Ratspräsident nichts ändern. 750 Mrd. Euro, 500 Mrd. davon als Zuschüsse. Doch ansonsten hat er einiges verändert, um mit seinem neuen Vorschlag die Zustimmung aller EU-Staaten zu gewinnen. Unser Ziel ist es nicht, Geld zu verbrennen. Unser Ziel ist, Europa zu verändern durch Investitionen und Reformen. Die wichtigsten Änderungen, die Gelder sollen stärker nach den wirklich durch Corona entstandenen Schäden verteilt werden. Bisher war etwa Arbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren ein Hauptkriterium. Zudem soll es weiter milliardenschwere Rabatte bei den Beiträgen zum normalen EU-Haushalt geben. Davon profitieren Deutschland und die sog. sparsamen Vier, die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden. Zudem will Michel den sog. mittelfristigen Finanzrahmen um 26 Mrd. Euro kürzen. Was Michel versucht, ist, die Zustimmung der sparsamen Vier oder der knausrigen Vier zu dem Wiederaufbauplan nach Corona, also dem Merkel-Macron-Plan, zu erkaufen durch eine Kürzung des mittelfristigen Finanzrahmens. Und noch ein Zugeständnis gibt es an die sparsamen Länder. Statt der EU-Kommission sollen die Finanzminister grundsätzlich darüber befinden, ob und wie die Corona-Hilfsgelder eingesetzt werden. Wir nehmen Solidarität sehr ernst, aber umgekehrt fragen wir auch, was werdet ihr denn tun, damit ihr so ein Problem demnächst selber löst? Wie all die geliehenen Milliarden ganz am Ende zurückgezahlt werden, Charles Michel nannte als eine, wenn auch kleine Idee heute, z.B. eine EU-weite Plastiksteuer. Michel geht auf Länder wie Österreich und die Niederlande zu. Und gleich gibt es neuen Ärger. Manche Europaabgeordnete sprechen von einer Kriegserklärung wegen der Kürzung und weil sie bei der Verteilung der Corona-Gelder praktisch nichts zu sagen hätten. Und Ungarns Premier Orban droht bereits offen mit einem Veto, falls seinem Land wegen Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit Gelder gekürzt würden.